Musik Skywalk, Schnee, Strandkörbe, Sonnenaufgang und heißer Kaffee. Das alles in einem Paket gibt es jetzt jeden Dienstag beim Sonnenaufgang auf dem Dachstein. Fahren Sie frühmorgens mit der Dachsteinseilbahn auf den höchsten Berg der Steiermark und genießen Sie den Sonnenaufgang auf 2700 Metern Seehöhe. Beeindruckend ist die unglaubliche Stille, bevor die Sonne als roter Feuerball richtig am Himmel erscheint. Besonders gut lässt sich der Sonnenaufgang von den gemütlichen Strandkörben und vom Dachstein-Skywalk aus beobachten. Nach einem reichhaltigen Frühstück im Gletscherrestaurant können Sie gut gestärkt einen Dachsteintag in Angriff nehmen. Bei der Besichtigung des Dachstein-Skywalks, der spektakulärsten Aussichtsplattform der Alpen, erleben Sie einzigartige Aus- und Tiefblicke. Oder Sie tauchen ein in die Tiefen des Dachsteingletschers und besuchen die frostig faszinierende Welt des Dachsteineispalasts. Eine geführte Besteigung des Dachsteingipfels ist ebenso möglich wie eine morgendliche Gletscherwanderung, einem Flug mit dem Paraglider oder einer ausgiebigen Klettertour. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020